Musik Hinter mir auf der Hauptverbindungsstraße zwischen Tripoli und Beirut nehmen tagtäglich Arbeitspendler den Weg und vor allem den Stau morgens wie abends in Kauf. Musik Das ist die einzige Alternative für die Arbeitnehmer in Beirut, den horrenden Mietpreisen zu entfliehen. Musik Der durchschnittliche Mittelstlohn für einen Arbeitnehmer in Beirut liegt ca. bei 300 US-Dollar und ein einfaches Einzimmer-Apartment von nicht mehr als 40 Quadratmetern kostet in Beirut City Minimum 400 US-Dollar. Musik 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 Vielen Dank.